Johannes Schädel ist ein deutsch-österreichischer Schauspieler. Biografie Johannes Schädel kam als erster Sohn der deutschen Kunsthistorikerin Jutta Schädel und des österreichischen Komponisten Gerhard Schädel in Wien zur Welt. Als er ein Jahr alt war zog die Familie aufgrund der Stellung des Vaters als Dozent für Komposition am Hochscheng-Konservatorium von Wien in die Nähe von Frankfurt Main. Er hat einen jüngeren Bruder Andreas Schädel. Filmografie und Theater U.A. Unterhaus Mainz Theater Willi Praml Frankfurt Neue Oper Wien Landestheater Salzburg Vereinigte Bühnen Graz Next Liberty Kammerspiele Wiesbaden Klingenburg Festspiele Film und Fernsehen 1998 Burg und Schlossgeschichten als Bräutigam 2007 Horst Pillemann als Horst Pillemann 2007 Wiener Linien Fußball-WM 2009 Tom Turbo Die Gauner Schule als Hubertus Hex 2009 Tom Turbo Der Piratenpapagei als Hubertus Hex 2009 Kein Tag und der Rest von heute als Tom 2009 Wacholder als Ben 2010 Vergessen als Chris 2010 Tag Traum als Arzt 2011 Ein Fall für zwei Mord im Callcenter als Interviewer 2013 Seegrund ein Kluftinger Krimi Kluftinger Krimi Kluftinger Krimi Vielen Dank.